Yo, was geht? Wir sind nach langer Zeit eigentlich immer wieder in Marburg. Mit dem Propane heute diesmal. Neue Gabel drin, schön alles gefettet. Aber das Propane läuft jetzt wieder richtig nice. Und wir haben jetzt heute eine kleine Session, wie ich sagen. Let's go! Oh, Alter! Wir fahren hier gerade ein bisschen blacklighten, ein bisschen sketchy, die Anfahrt, aber es sollte funktionieren. Run! Haha! Haha! Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020